Ah, jetzt sehe ich da den Hafen, glaube ich, oder? Ja, hier ist die Stadt, die von Skeletten hergesucht wurde. Ja, und dort ist die Brücke mit der... da. So, jetzt müssen wir hier hoch. Hallo, Luna! Meine Katze ist gekommen. Sie jammert ein bisschen herum, wie sie immer gerne macht, wenn sie jetzt spricht. Da macht sie ein... Hallo, Luna! Hallo! Ja, ja. So, ich schaue noch mal? Ja, die Unfunkster. Ja, wir werden mit der Zeit so ein bisschen erzählen. Ja, heute habe ich das Monetisieren abgeschlossen, also könnte ich jetzt ab jetzt Geld verdienen. Also praktisch für mich, wo ich nicht so viel Geld bezahlen kann. Dadurch ausgeben kann im Internet. Ja. 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 Das ist jetzt wieder eine schöne Gegend, schön Schnee bedeckt, die Bäume, wunderbar. Da ist eine Leuchtung, ok. Und hier eine Ruine. Und hier ist eine Leuchtung. Ok, ein Wagen. Wow, eine Wiesenklippe, eine Bucht, dort unten. Und dann Fjord. So, es kommt mit 1.bam2a wieder raus. Jetzt hat er dann Schnee aufhören wieder. Hier sind die Bänger, alles gefährt da. 2. 1.bam2a 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 töten. Die sind dort hinten. Und hier müssen wir Yeti töten. So, hier sind irgendwo die Leib eignen. Der Leichtum ist noch hier. Ah ja, ich habe neue Zauber gelernt. Zum Beispiel einfrieren jetzt. Und irgendwie ein Mono Regnerier Dingens. Ich bekomme immer ein bisschen Mono dazu irgendwie. Ich weiss jetzt nicht genau wie. Ja, mit jedem Schlag, also mit jedem Nahkampftreff, also mit jedem Stabangriff bekomme ich ein bisschen Magie dazu. Hier bekomme ich mein Blitz. Ja, ich denke, es geht noch nicht. Ja, ich denke, es geht noch nicht. So. Das geht noch ein bisschen leise. Warte mal kurz. So, ich habe es wieder eingestellt. Ich kam wahrscheinlich auf die Lautstärke-Regelung des VZ dran. Deshalb war es ein bisschen leise. So. 25 bis 30. 25 bis 30. Ah, jetzt nehmen wir hier den Stab. So. Jetzt nehmen wir die restlichen Quests hier an und gehen dann betteln. Bis ein Monster besiegen. Hier gibt es eine Quests von Jäger-Trainer. Ähm. Ah, das Gnochen steht. Okay, drei haben wir. Hier. Jetzt gibt es hier irgendwo noch einen. Genau hier. Lysion töten. Und hier drinnen ist der Fünfte. Junge Lysion. So, schauen wir mal. huroad. Und hier curtain. Dann wäre. Ich bin gleich, da.